Musik Der Rauch, der stimuliert bei der Biene einen Urinstinkt, nämlich Waldbrand. Und wenn die Biene Waldbrand riecht, dann fliegt sie erstmal nach Hause und macht sich ihre Honigblase voll, damit sie Vorrat für die nächsten zwei Tage hat, falls sie wirklich wegfliegen muss. Und damit sind die erstmal beschäftigt und kommen nicht so stichig und kommen nicht auf die Idee, den Imker zu stechen. Die sind so, wir selber selbst entzünden. So, jetzt gehen wir auf. Ja, also ich wollte einfach euch einen Blick in den Honigraum oben gönnen. Dann machen wir jetzt hier den Honigraum auf. Hier sieht man jetzt den Honigraum oben. Da habe ich letzte Woche die Waben ausgetauscht und geerntet. Und jetzt wollte ich einfach mal nachschauen, was haben die jetzt die Woche über gebastelt und gebaut. Und wie sieht es jetzt aus? Ich bin ganz zufrieden so. Ich ziehe gleich mal eine raus. Was ist jetzt so eine Wabe für ein Ertrag? Zwei Kilo. Wenn die voll ist, zwei Kilo Honig pro Wabe. Merkt man dann auch gleich den Unterschied. Oh, hier zum Beispiel. Das ist eine fertige Honigwabe. Alles zugedeckelt. Die Biene deckelt erst zu, wenn zwölf Prozent Feuchtigkeit im Honig ist. Nicht mehr. Vorher steht sie da und ventiliert die Feuchtigkeit raus. Und wenn die zwölf Prozent Feuchtigkeit in der Wabe erreicht sind, dann wird zugedeckelt. Und dann ist es hermetisch und dicht abgeschlossen. Hier hinten sieht man sie noch beim Bauen. Da ist schon zugedeckelt. Hier da drin sind sie am Eintragen. Da sieht man schön, wie es glitzert. Vielleicht sieht man das sogar in der Kamera. Da glitzert der frische Honig da drin. Und weil ich ja gerade den Rauch gegeben habe, stecken sie alle mit dem Köpfchen drin und saugen sich ihre Blase voll. Und deswegen haben wir unsere Ruhe. Und die schwirren hier nicht wie verrückt rum und ärgern uns, sondern die sind gerade beschäftigt und tanken. Und der Imker kann in Ruhe arbeiten und braucht keine Angst haben, jetzt gestochen zu werden. Das ist zwar eine Honigwabe, die habe ich jetzt gerade ausgeschleudert, aber daran kann man es besser erklären. In die einzelne Zelle legt die Königin jeweils eine Made, ein Ei. Und je nachdem, wie das Ei gefüttert wird, entscheidet sich aus diesem Ei, wird eine Arbeiterin, eine Drohne oder eine Königin. Also es hängt nur von der Fütterung ab, wie der Unterschied in der Entwicklung dann wird. Und das ist ein kleiner Willi. Der ist nur dazu da, die Prinzessin zu begatten und dann wird es eine Mutter. Ansonsten brauchen wir einen Willi eigentlich gar nicht. Willi sammelt keinen Honig. Janisch, das ist so wie der Name schon sagt. Willi, das ist ein Faulenzer. Nur zum Begatten, zum Vergnügen da. Also in vollem Wirtschaftsvolk sind so drin 60.000 bis 80.000 Majas, eine Mutter und ungefähr 600, 800, so in diesem Dreh, also in der Hunderte, nur Willis in der Saison. Im Winter nicht, die werden jetzt abgetrieben, die werden verjagt sozusagen, weil ein Bienenvolk die im Winter ja nicht braucht. Die Königin liegt auch keine Drohneneier mehr, sondern nur in der Saison, wenn sie sie brauchen, sonst nicht. Also hier sind auch nur noch ein paar dabei und wenn die sich aufgelöst haben, dann sind die Willis weg. Arbeiterinnenbienen, in der Saison leben sie 60 bis 80 Tage, je nachdem, wie schnell sie sich abarbeiten, wie viel sie es zu tun haben. Und die Winterbiene, die jetzt in August erzeugt wird, die lebt circa 200 Tage und deswegen soll sie gesund und munter zur Welt kommen und genug Futter haben, gut gepflegt werden von Imker, die Möbel reduziert werden und dann funktioniert das im kommenden Frühjahr auch noch Leben. Die Varroa-Milbe, die nistet sich unten in den Waben, unten drin ein und die lebt dann von dem Futtersaft, was eigentlich den Maden gegeben wird. Und wenn gerade kein Futtersaft da ist, was die Varroa braucht, dann beißt sie auch mal in die Made rein und beißt ihr in Stücke ab. Und dann sind das die Krüppelbienen, die dann schlüpfen, die keine Beine haben oder keine Flügel oder je nachdem, wo die Varroa-Milbe gerade reingebissen hat, fehlt halt dann das Stück DNA. Und deswegen ist die Schädigung durch die Varroa-Milbe die, dass die Brut und das Heranwachsen der neuen Generationen massiv geschädigt wird. Deswegen müssen wir Imker im Herbst dafür sorgen, dass es keine Varroa-Milbe im Bienenkasten gibt oder annähernd keine. Und deswegen machen wir diese Ameisensäurebehandlung oder Oxalsäurebehandlung, das sind die beiden zugelassenen. Diese Säure wird verdunstet im Bienenkasten und erzeugt ein saures Milieu. Die Biene kann in dem sauren Milieu überleben, die Varroa-Milbe, die verendet daran. Die tote Milbe fällt unten in den Kasten, wir können unten zählen, wie viele Millionen Milben runtergefallen sind. Das machen die alten Herren, ich mache das nicht. Ich lege dann da einmal die Woche eine frische Windel und gucke dann da, wie viele rote Pünktchen haben wir denn auf der Windel. Und wenn ich die dann sehe, ja, da sind sie, okay, dann kommt die Windel weg, ausgeschüttelt, wieder sauberwesig. Und nächste Woche sehe ich wieder, aha, sind so viele runtergefallen. Dann habe ich im Oktober, wenn ich diese Ameisensäurebehandlung im August gemacht habe, September, dann habe ich Anfang Oktober eine gesunde Brut, die schlüpft und mir meine Winterbrut macht. Die Winterbiene lebt im Vergleich zur Sommerbiene viel länger. Die Winterbiene lebt drei Monate, bildet im Winter diese starre Traube und man hat dann seine Waben nebeneinander und dazwischen traubt dann diese starre Traube und macht seine Winterruhe. Brauchst du Futter, damit die Wege möglichst kurz sind, brauchst du Pollen, damit die Immunstoffe da sind und dann kann diese Traube überleben. Wenn die Varroa-Milbe nicht raus ist, dann frisst die Varroa-Milbe diese Brut so an und auch die neue Brut immer so an, dass keine überlebensfähigen Bienen da sind und dann ist das Bienenvolk dem Tod geweiht. Man schätzt, dass die älteste Biene also 70, wenn nicht 90 Millionen Jahre alt ist. Die Honigbiene, die gibt es mindestens schon seit 30 Millionen Jahren. Nehmen wir nur noch die letzten 100.000 Jahren, da haben die Bienen in Europa zwei Eiszeiten überlebt, was ja eine ziemliche Umwälzung ist. Die Bienen wurden von Nordeuropa bis ans Mittelmeer verdrängt, haben dann den ganzen Raum nach und nach wieder erobert. Hier in so einem Kasten haben wir 60.000 Bienen drin, davon fliegen 30.000 Bienen jeden Tag aus. Jede geht auf mindestens 120 Blüten bis 150 Blüten jeden Tag. Da kannst du mal hochrechnen, wie viele Blütenbesuche das sind und wie viel Bestäubungsleistung das ist. Die Honigbiene ist das wichtigste Bestäubungsinsekt überhaupt, denn im Frühjahr während der Obstblüte brauche ich starke Völker, die die Fähigkeit haben, Obst oder Raps zu bestäuben. Und zu diesem Zeitpunkt sind halt einzulebende Bienen oder Hummelvölker noch nicht in der Stärke, dass sie also diese Bestände entsprechend bestäuben können. Dann würden wir keine Honigbienen haben, dann ist der Obstertrag entsprechend schlecht, weil einfach die Bestäubung fehlt. Deswegen sehe ich den Hauptwert eines Bienenvolkes schon in der Bestäubertätigkeit und nicht in der Honigproduktion oder in der Wachsproduktion, denn die sind um einiges höher, weil im Endeffekt alle Blüten, die nicht vom Wind bestäubt werden, also sprich alle Nicht-Gräser, brauchen mit Ausnahme von der Tomate und von der Reben die Honigbienenbestäubung. Ich denke, die Mehrzahl der Verbraucher weiß das gar nicht, weil die Mehrzahl der Verbraucher sich mit Umweltfrage nicht auseinandersetzt, sondern halt sich vorstellt, ich kaufe das im Supermarkt. Wenn du keine Bienen im Flugkreis hast, dann haben die eine Ernte von vielleicht ein oder drei Kilo. Wenn Bienen im Flugkreis sind, dann haben sie am selben Standort eine Ernte von 20 bis 40 Kilo. Es gibt Früchte, da hast du die 80-fache Ernte, wenn die Biene da ist. Kirsche zum Beispiel. 80 Prozent aller Nutzpflanzen werden von den Bienen bestäubt. Das heißt, wenn die Bienen massiv zurückgehen, ist das ein viel größerer Schaden für die gesamte Landwirtschaft als der Verzicht auf entsprechenden Einsatz bienengefährlicher Pestizide. Der volkswirtschaftliche Wert allein in Deutschland der Bestäubungsleistungen unserer Bienen wird geschätzt auf einen Betrag von über 4.000 Millionen Euro. Er liegt um das 20 bis 25-fache über dem Verkaufserlös von Produkten der Bienen, von Honig bis Pollen und möglicherweise gehen diese Bestäubungsleistungen noch weit darüber hinaus. Es ist immer so, wenn sich eine Katastrophe auftut, dass diejenigen, die auf diese Katastrophe hinweisen, zunächst einmal nicht ernst genommen werden. Und es sind Situationen entstanden, wo sich dann in den Hauptvergiftungsgebieten Landwirte nicht mehr zu normalen Zeiten aufs Feld getraut haben. Ja, es war ja beängstigend. In der Natur war absolute Totenstille. Es flog keine Hummel mehr, es flog keine Wespe mehr, es flog keine Wildbiene mehr, es flog kein Schmetterling mehr. Nirgendwo. Es war alles tot. Warum sind Sie heute hier? Ja, weil ich Völker verloren habe im Winter. Baden sind über 40 Prozent, aber der Winter nicht überlebt. Und die restlichen Überlebenden, die sind jetzt vergiftet worden durch das Bandschopro. Ich habe auch 38 vergiftete Völker. Das ist vom Bienensachverständigten festgestellt worden. Und die erholen sich auch nicht, weil der Poller, der in den Völkern ist, eben Teil konnte man rausnehmen, aber man kann nicht allen Poller rausnehmen, weil da zwischen der Brutzelle drin ist. Und das Gift wirkt immer noch. Und das wird auch in Zukunft weitergehen. Also wir haben das Problem, dass die Biene bei der Maisaussaat oder bei dem Raps, wenn die gespritzt werden, dass die halt von diesem Gift betroffen werden, dann die Orientierung verlieren, Flugbienen verlieren und halt, dass das ganze Bienenvolk geschädigt wird, so wie die Brut, die Pollen, alles kontaminiert wird, dass man dann halt keinen Honig verkaufen kann. Oder was noch viel schlimmer ist, dass halt die ganzen Bienenvölker tot sind. Und seit 2003 sterben uns regelmäßig also im Herbst Bienen weg. Es fehlt an Bienenmasse. Man schiebt das also seit 2003 immer auf die Varroa. Aber selbst wenn wir beweisen können, dass es also nicht die Varroa ist, dann erklärt man uns, es könnten Viren sein. Und wenn wir beweisen können, es sind keine Viren, dann können es andere unerklärliche Sachen sein. Also seit 2003 beobachten wir regelmäßig also, dass unsere Bienen im Herbst einfach immer kleiner werden, die Völker, und irgendwann zum Teil total verschwinden. Warum diese vielen Bienenvölker letzten Winter eingegangen sind und die Winter davor, das möchte ich nicht alles auf die Schulter der Chemieindustrie machen, aber die ist mitbeteiligt. Die Zunahme der Pflanzenschutzmittel in die offenen Blüten, die ist seit 1994 massiv angestiegen. Und wir haben seit 1998 massive Probleme. 96 eigentlich besser gesagt. Und seitdem gibt es diese Neonicotinide, das sind also Nervengifte auf Nikotinbasis, die hochtoxisch sind für die Bienen. Für das ganze Bienenvölker. Und das schwächt die Bienen im Herbst vor allen Dingen. Und durch diesen Monokultur-Maispollen verstärkt sich das alles noch. Und wenn dann noch ein bisschen Krankheiten dazukommen, die vielleicht im einen oder anderen Jahr verstärkt auftreten, warum auch immer die Krankheiten so massiv auftreten, dann gibt es Probleme. Es geht die Tendenz dazu, dass man weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen will, von der Menge her. Und deshalb ist man zum ersten Mal bei vielen Kulturen zum Beizen der Saatguts gekommen. Und dafür braucht man systemische Pflanzenschutzmittel. Das heißt, dass die Pflanze das Mittel aufnimmt, in der ganzen Pflanze verteilt. Und das Gift dann auch im Pollen und im Nektar ankommt. Dafür braucht man eine weniger große Menge. Aber um einen guten Schutz zu bekommen, braucht man auch eine höhere Giftigkeit. Das heißt, man benutzt weniger Pflanzenschutzmittel, aber viel giftiger. Müsste eigentlich Schadensersatz gezahlt werden, ist nicht der Fall. Für die Berufsimker gibt es ja diesen zinslosen Kredit, den sie zurückzahlen müssen. Also es ist kein Schadensersatz. Aber die Firma Bayer hat sich ja bereitgestellt, aus der Portokasse zwei Millionen locker zu machen, um da eine kleine, würde ich sagen, Schweigegeld oder Beruhigungsgeld zu zahlen. Also wenn man das ausrechnet, auf die offizielle, also sind über 11.000 Bienenvölker betroffen. Also offiziell sind ja viele Imker, die sich gar nicht gemeldet haben. Also wahrscheinlich ist es doppelt so viel. Also das sind dann 160 Euro pro Bienenvolk. Das ist lächerlich. Bei der Entschädigung handelt Bayer Crop Science erstaunlich rasch. Das Unternehmen stellt den betroffenen Imkern 2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung. Allerdings unter der Bedingung, dass die Imker zukünftig auf Schadensersatzforderungen verzichten. Ein Wissenschaftler, der Bayer Crop Science im Frühjahr 2008 in den Krisensitzungen vertreten hatte, ist Dr. Richard Schmuck. Für dieses Feature war ja nicht zu sprechen. Der Dr. Schmuck hat inzwischen eine andere Funktion. Unter dem Thema Bienengesundheit haben wir Frau Schürmann und den Dr. Maus. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es sie erregt, wenn plötzlich Bienenvölker sterben. Ich kann auch nachvollziehen, dass sie Konsequenzen fordern. Und das BVL hat es auch getan. Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Bienensterbens das Ruhende Anordnung angeordnet. Damit wir die Ruhe haben festzustellen, welche Ursachen tatsächlich für das Bienensterben vorhanden waren. Und wir haben es in einem Fall nämlich bei der Aussage von Raps zurückgenommen, weil wir wissen und weil wir es nachweisen können, dass bei Raps tatsächlich keine Bienenbeferdung entstehen kann. Weil die Rapssaat in die Furche gelegt und die Rapssaat sofort geschlossen wird. Der Anteil an Staub ist bedeutend geringer, um den Faktor 100 geringer als bei Mais. Und das Besondere ist halt, dass man eine Furche zieht, dass in diese Furche das Rapskorn eingelegt wird, in etwa 2 bis 4 cm unter der Erdoberfläche. Und anschließend wird diese Furche sofort geschlossen. Wenn tatsächlich noch Staub auftritt, sind die Sämaschinen, die bei Raps eingesetzt werden, so konstruiert, dass diese staubhaltige Abluft in die Furche gedrückt wird. Und dadurch ist eine Gefährdung der Bienen bei der Aussage praktisch ausgeschlossen. Die Messung des Staubanteils bei Mais oder auch bei Rapskörnern wurde eben auch durch das Julius-Kühn-Institut durchgeführt. Und daher haben wir unsere Erkenntnis, die uns das erlaubt haben zu sagen, jawohl, der Staubanteil ist um einen Faktor 100 geringer als bei Mais. Und wir haben hier eine sichere Grundlage, das Ruhen der Zulassung für diese spezielle Anwendung zu widerrufen. Wenn man sich das mal vorstellt, dass das Ausbringen von Maiskörnern Bienen vergift, das ist schon mal sehr paradox. Dieser Herr hat vorhin, der Chef von der BVL hat vorhin erklärt, dass das beim Raps kein Problem sei. Das hat ja, dieses Rapskorn kommt in die Furche und wird zugedeckt. Das ist ein Problem. Nämlich die Maschinen, die arbeiten, die tun diese Körner umeinander werbeln. Hier entstehen Abrebe, hier entstehen Beistoffe, die praktisch irgendwie auf irgendeine Art in die Umwelt gelangen können. Und das kann die Biene vergiften. Und zudem wissen wir heute noch nicht, was passiert, wenn dieses Gift dann durch die Pflanze hochkommt und den Nektar und den Pollen dann leicht vergiftet und die Biene diesen Pollen ja dann sammelt, frisst und möglicherweise daran vergiftet wird oder zumindest schwächt. Wenn das Volk so geschwächt ist durch die Gifte, dann ist es anfälliger für die Varroa, die anderen Krankheiten. Und dann am Schluss sieht es aus, ja, die Bienen sind an Varroa gestorben, aber in Wirklichkeit ist es eine Vergiftung, die das ausgelöst hat. Eine Biene, die vergiftet ist oder die sterben wird, wenn das Wetter das erlaubt, dann fliegen sie raus, um zu sterben. Sie wollen nicht im Stock sterben, sie fliegen raus. Und wenn das Bienenvolk dann so geschädigt ist und dann noch Flugwetter ist, dann fliegen sie raus und sterben draußen, dann hat man keine Bienen mehr im Bienenstock. Als ich das erste Bienensterben, also im Winter 2002, 2003 ankündigte, haben die Bieneninstituten schon sehr früh im Herbst also verstärkt so eine Gehirnwäsche gemacht, haben verstärkt von der Varroa gesprochen, Varroa-Behandlung, dass eine hohe Varroa-Belastung ist, dass es zu hohen Völkerverlust kommt. Und seitdem, jedes Jahr, wird da immer wieder Varroa, Varroa, die Behandlung, teilweise kommen sogar von einigen Wissenschaftlern, also wenn sie auf Versammlungen sind, wird da angedeutet, die Anliebenker sind zu blöd, um die Varroa zu behandeln. In diesem Jahr, jetzt beim Bienensterben in Baden, kam sogar der Spruch, wenn ihr zu blöd seid, die Varroa zu behandeln, dann wandert doch in die Rheinebene, da werdet ihr Entschädigungen bekommen. Also das kommt von Bienenwissenschaftlern. Wenn das mit dem Clothandidin, wie es jetzt ist, wo die jetzt drüber sprechen, wenn der das weiter so vertritt, dass das weiter ausgesät wird, weil das ja nicht in die Umwelt kommt, sondern in den Boden. Aber im Boden hält es ja auch tausend Tage. Und wenn die immer auf den gleichen Flächen, immer Mais angebaut wird, dann reichert sich das sowieso im Boden an. Und damit werden die Pflanzen immer giftiger, nach und nach. Da kann er hinter den Hase reinbeißen, der fällt gleich dort um. Und das heißt ja im Prinzip auf den Böden, später bei uns in den Pflanzen, in den Salaten, in den ganzen Gemüsen, überall wird es auftauchen, weil die Böden einfach versaut sind, weil sie es gar nicht mehr schaffen, das Gift aus dem Boden zu bekommen. Heute die Bienen, morgen wir. Was bedeutet denn das? Naja, dass heute die Bienen sterben und morgen sterben wir. Aber das ist doch furchtbar. Willst du sterben? Nein, aber wenn die weiter so ein Gift machen, sterben die doch. Von daher fordern wir erstens ein Verbot, und zwar ein Sofortverbot aller bienengefährlicher Beizmittel bei der Rapsaussaat 2008. Wir fordern darüber hinaus, dass alle bienengefährlichen Pestizide in Deutschland generell verboten werden müssen und dass sie auch innerhalb der Europäischen Union nicht länger zugelassen werden dürfen. Denn wir sind ja damit konfrontiert, dass wenn ein entsprechender Wirkstoff in einem Land zugelassen wurde, dann letztendlich auch die Legitimation und der Zulassung in den übrigen Staaten daraus gefolgert wird. Wir brauchen zweitens eine deutliche Verschärfung der Zulassungsverfahren. Es muss als erstes die Belastung durch Pestizide auf die Verträglichkeit für Bienenvölker unter Einbeziehung aller Entwicklungsstaaten geprüft werden. Es muss die gesamte Lebensdauer berücksichtigt werden. Es muss entsprechende präzisere Rückstandsanalysen in Nektar, Pollen und Larven geben. Und es muss natürlich auch untersucht werden, wie sich der entsprechende Einsatz auf die Überwinterungsfähigkeit der Völker auswirkt. Das bedeutet auch, dass wir nicht nur ein Verbot der nachgewiesenermaßen bienenschädlichen Pestizide verlangen, sondern dass wir auch verlangen, dass die bereits schon zugelassenen Agrarchemikalien auf ihre Bienengefährlichkeit hin überprüft werden. Man müsste diese Chemikalie das ganze Jahr beobachten, wie kommen die Bienenvölker über den Winter, wie entwickeln sie sich in der Saison, haben sie damit Schwierigkeiten. Das wird nicht untersucht, da bleiben wir im Kahnregen stehen gelassen und am Ende heißt es, naja, der Imker, der hat eben was falsch gemacht, dass seine Bienenvölker tot sind. Wirklichkeit ist es, dass sie das nicht vertragen, weil das ganze Jahr auf die Bienen einwirkt. Unsere Erkenntnisse gehen dahin, dass die Konzentrationen, die anschließend oder nach dem Auswachsen der Pflanze im Pollen und im Nektar auftreten können, sollen eine solche Schädigung nicht hervorrufen können. Die Politik fördert den Chemiestandort Deutschland und versucht oder glaubt die positiven Argumente der Hersteller, glaubt sie, die reichen ihnen anscheinend aus, um die Produkte zuzulassen. Es wird nicht kritisch genug hinterfragt, wie es zu diesen Untersuchungen kommt. Es wird keine Alternative gemacht, es sind keine unabhängigen Untersuchungen gemacht, es sind praktisch nur die Studien der Hersteller, die zur Zulassung eingereicht werden. Und das finde ich, das ist schon ein Witz. Die Chemieindustrie ist nicht interessiert, in ihre Richtung zu suchen, sondern eher in die Richtung von irgendwelchen Krankheiten. Oder wenn sie sich ja nicht mehr weiterhelfen können, dann sagen sie, ja, der Imker ist zu alt, der kann alles nichts mehr. Das sind so diese Sachen, die man von dort hört und die auch so veröffentlicht werden. Die direkte Zahlungsbedingung vom Bienenmonitoring kennen wir nicht, ist nicht veröffentlicht. Es ist ein ähnlicher Vorgang wie im Bereich der Gentechnik, wo wir auch wissen, wir hätten in Deutschland nicht die Debatte über die Ausbringung genmanipulierter Pflanzen, wenn wir nicht gleichzeitig einen der großen Produzenten genmanipulierter Pflanzen in Deutschland haben. Wenn Völkerzusammenbrüche sind, also Bienenvölkerzusammenbrüche sind, dann muss auch untersucht werden, bis auf den Grund, warum, weswegen, also nach Chemikalien auch geforscht werden und nicht nur nach Krankheiten. Und wenn man dort nach Chemikalien würde forschen, würde man viel eher den Übeltäter ermitteln können und könnte sich auch manch in eine schleichende Krankheit auch erklären, warum die überhaupt gekommen ist im Bienenvolk, wenn sie überhaupt da ist. Für die Pflanzenschutzmittelfirmen ist dann eine gesunde Biene eine Biene, die nicht Varroa belastet ist. Aber es tut mir leid, man muss sich damit abfinden. Das Bieneninstitut in Oberursel hat vor 25, 30 Jahren die Varroa nach Deutschland, frühzeitig nach Deutschland gebracht. Die haben wir jetzt und die bekommen wir nicht mehr weg. Und da muss man, wenn man Pflanzenschutz mit herstellen will, die für die Bienen nicht gefährlich sind, da muss man das mit einbeziehen, dass die Bienen die Varroa-Milbe haben und dass man keine varroa-freien Bienenvölker mehr bekommen kann. Das geht nicht. Das nächste große Bienensterben steht uns eigentlich erst mal vor. Das kriegen wir jetzt erst. So wie der Mais anzublühen fängt, wird dieser Maisbollen gesammelt und dann haben wir nochmal enorme Verluste. Unsere Völker werden kleiner. Die Varroa bleibt aber und die vermehrt sich an dieser Zeit auch noch optimal. Und dann werden wieder Völker zusammenbrechen und im nächsten Jahr werden wir nochmal in den Medien lesen können, aha, wieder Bienenverluste in Höhe von 30, 40, 50 Prozent. Und das können wir eigentlich auf Dauer auch nicht mehr hinnehmen. Dieses Beizen von Saat ist ja ein sehr schonendes Verfahren, weil ich im Grunde genommen den Wirkstoff dahin bringe, wo er wirken soll, nämlich direkt im Wurzelbereich. Würde ich später mit Pflanzenschutzmittel eingreifen, dann müsste ich in das Feld hineinsprühen, also in die volle Blüte hinein. Und da werden die Auswirkungen viel größer. Insofern gehe ich davon aus, dass wir hier wirklich über ein sehr schonendes Verfahren reden. Die Mittel werden von der Pflanze aufgenommen und verteilen sich in der ganzen Pflanze. Je nach Mittel und je nach Pflanze kommen da mehr oder weniger von diesem Gift im Nektar und Pollen an. Erstens können sich die Bienen davon nicht mehr erholen, wenn sie mal vergiftet worden sind. Wenn die Dosis hoch genug ist, sterben sie sofort oder sehr schnell. Oder wenn es dann geringere Dosen sind, sind sie so geschädigt, dass sie dann Orientierungsstörungen haben, Verhaltensstörungen. Wir haben auch Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Wenn der vergiftete Pollen noch in den Stock gebracht wird, dann sind die Jungbienen schon geschädigt. Also es ist eine schleichende Vergiftung, die man nicht unbedingt als solche erkennt, je nachdem, wie stark diese Vergiftung ist. Also die Auswirkung der Pflanzenschutzmittel auf Bienen ist fester Bestandteil der Zulassungsprüfung für Pflanzenschutzmittel bei uns. Also das heißt, es gibt ja auch da extra die Kennzeichnung, dass man zum Beispiel, was der Herr Weiger auch zitiert hatte, B1 gibt es zum Beispiel, dann heißt es, dieses Mittel ist für Bienen gefährlich. Und das jetzt, was die großen Schäden an den Bienen im Frühjahr hervorgerufen hat, das Poncho von Bayer, das hatte ein B3. Das heißt, in der, also jetzt nicht gerade wortwörtlich, es ist auszuschließen, dass Bienen gefährdet werden in der Art, wie das Produkt angewendet wird. Wir haben gesehen, dass das nicht auszuschließen ist. Die Realität ist auch, dass die Pflanzenschutzmittelgesetz, Bienenschutzgesetz, das ist auf dem Papier, aber niemand kümmert sich darum. Da wird gespritzt, ohne Rücksicht auf die Gesetze und niemand überprüft das. Ich kann nicht feststellen, dass es kontrolliert wird oder so kontrolliert wird oder auch die Landwirte aufgeklärt werden, dass sie die entsprechende Seite lesen und viele Landwirte sagen, zu mir zu Recht, ich habe keine Seite zu 150 Seiten Gesetzestexte zu lesen und ich verstehe ihn auch nicht und deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass die Landwirte einerseits aufgeklärt und geschult werden würden und da reiche ich halt definitiv die zwei Jahre Berufsschulausbildung im Block also nicht aus, um sie entsprechend angemessen zu bilden, zumal wir ja auch das Problem in den Universitäten haben, dass also heute viele Studenten sich ihre Fächer so zusammenwählen können, dass sie vielleicht unter Umständen als Agrarwissenschaftler von Pflanzenernährung und für einen Pflanzenschutz so viel wie nichts gehört haben. Nach dieser Vergiftung in Baden, da hat man ja die Fotos gesehen, wo die roten Körner am Feldrand rumlagen. Laut Pflanzenschutzmittelgesetz dürfen keine mit Clotianidin, Poncho Pro oder Poncho gebeizte Körner frei herumliegen. Die müssen alle entweder im Boden sein oder wenn da doch welche nicht in den Boden ankommen, muss der Landwirt die aufheben und wegschaffen. Ich habe das Pflanzenschutzmittelamt angerufen, habe denen das gesagt, das steht so drin im Gesetz. Da meinte der Beamte, nee, das sei doch nicht so schlimm, das ist nur gefährlich für Insekten, kleinere Tieren. Aber wenn da ein Kleinkind da mal rumlutscht, ist absolut keine Gefahr da. Und da sieht man die Haltung auch von den Behörden. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner den Kartoffelkäfer nach Europa gebracht. Seit über 50 Jahren will man den Kartoffelkäfer vernichten, er ist immer noch da. Die Bieneninstituten haben die Varroamilbe nach Deutschland gebracht. Man wollte sie am Anfang radikal vernichten. Man hat ganze Bienenvölker, in denen man Varroamilben festgestellt hat, verbrannt und abgetötet in der Hoffnung, dass man so die Varroamilbe vernichten kann und dass sie sich nicht ausbreitet. Hat nicht geklappt. Die Varroamilbe ist von Deutschland an nach Westen gezogen, bis nach Spanien. Mit dem Maiswurzelbohr, den man jetzt in Baden vernichten will, ist es genau so. Das Einzige, was man erreichen wird, dass man seine Ausbreitung verlangsamt, hat, aber im Endeffekt er wird sich ausbreiten. Also ist das ein Blödsinn durch Gift da ein Schädling vernichten zu wollen? Das klappt nicht. Dabei wurde im Rheingraben mit Poncho ein Mittel nicht nur falsch ausgebracht, es wurde ein Mittel ausgebracht, das sich als völlig ungeeignet erwiesen hat, den Zweck zur Erfüllung, für den es eingesetzt wurde. Die vollständige Bekämpfung, also Extermination des Maiswurzelbohrers. Man rechnet, ich sage es auch so deutlich, man rechnet mit dem schnellen Vergessen der Öffentlichkeit, die Aufregung war groß, das Mittel vom Markt genommen und dann wieder zugelassen. Aber man muss auch mit uns rechnen. Wir machen ja schon seit Jahren ein Bienenmonitoring mit den deutschen Bieneninstituten, da werden also Millionen gesponsert. aber wissen Sie, wie hoch der Etat ist für Untersuchungen auf Pflanzenschutzmittel, auf Rückstände, auf Gifte? Das ist genau 0 Euro. Also es wird überhaupt nicht auf Pflanzengifte untersucht dabei. Und daher kommt dann das Problem. Es wird alles andere untersucht, nur der verdächtige Faktor, man will es nicht, man will es nicht feststellen. Es gibt vielleicht in Deutschland eine Handvoll Wissenschaftler, die sich dazu äußern und das aber nur bedeckt. Die meisten Wissenschaftler sagen ja, bevor ich da was Konkretes sage, schlafe ich lieber nochmal eine Nacht drüber, um eine klare Antwort zu geben. So weit sind wir leider in Deutschland bei unseren Bieneninstituten. Das ist klar, die arbeiten für die Leute, die ihnen am meisten Geld geben. Und dann hat man das auch untersucht und bei der ersten Expertenrunde hat man zwar nur Spuren von diesem Glotianidin in der Biene gefunden, aber hat gesagt, das wäre zu wenig, die LD50 wäre weit höher. Ja, die ist höher. Wenn Sie die Bienen anschauen, die da liegen, die zittern, die zappeln noch, die leben noch, die ist nicht tot. Diese Bienen sind nervengeschädigt, das ist eine Lähmung, das ist Nervengift. Das ist sogar so, das arbeitet so, dass es, wenn die Biene, die bewegt so lange ihre Füße, bis dieses Nervengift aus ihr raus ist. Das funktioniert gerade anders drum. Das heißt, wenn die Bienen richtig tot ist, ist von dem Nervengift fast nichts mehr in ihr drin. Der erste Test ist, man nimmt 100 Bienen etwa, man gibt ihnen eine bestimmte Dosis an Gift, nach 24 Stunden guckt man, wie viele Bienen tot sind. Wenn mehr als 50 Bienen tot sind, dann wird es bienengefährlich. Das heißt aber nicht, dass die anderen 50 noch gesund sind. Wenn die anderen 50 noch krabbeln, sich bewegen, dann sind sie nicht tot. Man kann das auch nochmal anders erklären. Man geht in einen Kuhstall, wo 100 Kühe sind. Die vergiftet man. Guckt nach 48 Stunden, wie viele Kühe noch leben. Wenn da 51 Kühe noch am Leben sind, dann ist das Mittel für die Kühe ungefährlich. Wenn in der 49. Stunde alle Kühe tot sind, dann ist es immer noch für die Kühe ungefährlich. Also ich weiß nicht, welcher Landwirt das so akzeptieren würde. Die Chemieindustrie, und da führe ich mal ruhig jemanden an, der sich schon dazu geäußert hat, Dr. Schmuck von Bayer, der sagt, wir haben alles richtig getestet, da sind keine Schäden aufgetreten. Und das kann alles gar nicht sein, was die Imker für Erfahrungen hier sammeln, das stimmt mit unseren Tests nicht überein. Allerdings machen sie ganz andere Tests, wie unsere Bienenvölker leben. Sie testen nicht über das ganze Jahr ihre Chemikalien, wie die auf Bienenvolk wirken, sondern sie testen das LD50. LD50 heißt, innerhalb 48 Stunden dürfen nicht mehr wie 49 von 100 Bienen gestorben sein, denn es sind Bienen verträglich. Und 51 müssen überleben. Bei 50, LD50, daher der Name, da ist es Bienengefährlich. Und das ist Paradox, wenn man solche Sachen heute anwendet, so ein Testverfahren und Langzeitstudien in dem Sinne uns nicht bekannt wird und nicht veröffentlicht, wenn es so was gibt. Bei ja interne Papiere berichten sie ebenfalls über merkwürdige Verhalten von Bienen, aber erforschen nicht weiter oder geben keine Ergebnisse bekannt. Das ist die Perverse an dieser Chemieindustrie. Wenn man weiß, dass ein Bienenvolk 3,5 Kilometer Radius hat, in dem sie rumfliegt, dann müsste man sagen, um das Bienenvolk zu schützen, müsste man in einem Umkreis von 4 Kilometern nicht mehr spritzen. Das heißt, nicht nur Bienengefährliche Mittel, sondern Bienenvolk gefährliche Mittel. So ein Geschäft ist ja was Tolles. Ich mache jetzt Bienenkrank, ich mache Menschenkrank, und irgendwann kann ich das entsprechende Arzneimittel wiederverkaufen. Das macht mich ein bisschen wütend und auch ein bisschen traurig. Überall, wo diese Art von Landwirtschaft mit der chemischen Keule sozusagen praktiziert wird, haben die Imker Probleme und es ist Zeit, dass wir aufstehen, dass wir uns dafür einsetzen, dass hier umgedacht wird und es ist auch Zeit, dass wir konkrete Lösungsvorschläge wie man aus diesem Dilemma wieder herauskommt durchsetzen. Und diese Lösungsvorschläge haben wir zum Beispiel bei der EU-Kommission vor einigen Wochen eingebracht, dass man nämlich das Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel grundsätzlich überarbeiten muss, damit man den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft sowohl auf der Seite der Imkerei als auch auf der Seite der Pflanzenschutzmittel selbst, die sich weiterentwickelt haben, tatsächlich Rechnung trägt. Wir sind einfach zu wenig, das ist kein Faktor, keine Lobby, die dahinter sitzt und so sind wir völlig chancenlos. Ich habe schon gesagt, meine Tochter ist jetzt vier Jahre alt und sie wird mit 20 Jahren mal keine Bienen mehr sehen, fürchte ich mal. Es sei denn, dass irgendwo welche so am Rande so ein Hobby-Imker noch zwei, drei Völkchen hält, aber der Beruf des Berufs-Imkers wird also in absehbarer Zeit aussterben. Das, was die Imker sagen, nehmen wir natürlich sehr ernst und als Amt sind wir auch verpflichtet, sie zu hören und ich persönlich stehe auch dazu, dass wir die Sorgen aufnehmen, aber ich bin mir sehr sicher, dass im Fall der anstehenden Rapsaussaat ein sehr, sehr schonendes Verfahren gewählt wird. Was jetzt passieren kann, ist folgendes, dass praktisch der Pollen durch dieses Gift, das er am Maiskorn ist oder an der Rapswanze in der Pflanze aufsteigt und dieser Pollen schwach vergiftet ist und der dann praktisch nächstes Frühjahr, wenn die Bienen im Raps stehen, Schäden macht an den Bienen. Schleichende Schäden. Schwächern der Bienevölker, Schwächern des Immunsystems der Bienen und an die nächste Blüte bringt, dann arbeiten die dort nicht mehr richtig und das heißt für den Imker dann schon schade. Vor allem für den Imker, der die Imkerei intensiv und aus kommerziellen Gründen betreibt. Und wir haben ja die Winterverluste mit mehr und 50 Prozent und mehr. Manche Imker sind total zusammengebrochen. Es gibt Imker, Berufs-Imker, die haben 110 Völker gehabt und haben Zähne übrig behalten. Da kann man nicht mehr von Berufs-Imker sprechen, davon kann er nicht mehr leben. Da ist seine Existenz einfach weg, die ist bedroht. Die Folgen haben wir schon. Das ist das kleinste Glied, aber in der Natur, was keiner messen tut, die ganzen Wildinsekten, Hummeln, Schmetterlinge, Wildbienen, bis hin zur Vogelwelt, das misst ja gar keiner und da forscht auch gar keiner. Man stellt bloß fest, es verschwinden einfach bestimmte Arten in eine bestimmte Umgebung und damit verschwinden auch bestimmte Wildpflanzen, die einfach auf die Bestäubung dieser Tiere angewiesen sind oder auch für bestimmte, also Vögel zum Beispiel Nahrungskette sind. Die verschwinden einfach, weil sie nicht mehr bestäubt werden und nicht mehr da sind. Es gibt ganz neue Studien, die jetzt zeigen, wie wichtig Bienen überhaupt sind und Bestäuber für, ich sag mal, das Überleben und für die Vielfalt von Pflanzen und wiederum dann auch, weil von diesen Pflanzen wiederum andere Tiere abhängig sind. Es gibt Tiere, die sind spezialisiert auf bestimmte Pflanzen. Wenn es die Pflanzen immer weniger gibt, weil die kaum noch bestäubt werden, das ist wie ein Kartenhaus, was dann langsam zusammenbricht. Also wenn die Bienen nicht mehr bestäuben und die Pflanzen deswegen immer weniger werden, auch die Vielfalt der Pflanzen immer weniger wird, werden auch immer weniger Tiere da sein und wir reduzieren unsere Biodiversität, unsere Vielfalt, die wir haben, obwohl wir uns gerade auch völkerrechtlich verbindlich verpflichtet haben, diese Vielfalt zu schützen und dem Verlust entgegenzuwirken. Die Bienen sind die wichtigsten Insekten im gesamten Naturhaushalt, die die Bestäubung realisieren. Wir haben Pflanzen, die vom Wind bestäubt werden und wir haben aber Pflanzen, die von Insekten bestäubt werden und die Bienen sind damit die nützlichsten Insekten, die es weltweit gibt, denn sie bestäuben die nicht nur 80 Prozent der von uns Menschen direkt genutzten Pflanzen, sondern sie bestäuben auch viele andere Pflanzen im gesamten Naturhaushalt. Das heißt, die Biene ist unverzichtbar als Insekt und zwar es gibt ja nicht nur unsere Honigbiene, es gibt hunderte von Wildbienenarten, die diese gewaltigen Bestäubungsleistungen erbringen und damit sichert sie unser Leben. Albert Einstein hat gesagt, wenn die Biene stirbt, stirbt auch der Mensch. Die Biene filtert ganz viele Startstoffe aus dem Honig raus und für den Verbraucher hat man ja diese Höchstgrenzwerte dann eingeführt, um sagen zu können, ja, ist alles in Ordnung, sind keine Rückstände drin, also keine Rückstände heißt, keiner über dem Grenzwert und da bleibt der Honig natürlich ein absolutes Naturprodukt für den Endverbraucher. Die Biene sichert unsere Ernährung, und damit ist natürlich der Rückgang der Bienen, das Sterben der Bienen durch Pestizide so katastrophal, weil es letztendlich damit auch sich gegen unseren eigenen Lebensgrundlag richtet. Also, dass wir jetzt überhaupt alle aufgeschreckt wurden zum wiederholten Male, dass es ein Problem gibt mit Pestiziden, liegt nur daran, dass wir halt Imker haben, die erwerbsmäßig Honig machen und die ihre Bienen gut beobachten und die halt tote Bienen vor den Bienenkästen haben liegen sehen. Wir haben aber auch das gleiche Sterben vollzieht sich im Stillen im Bereich der Wildinsekten, der Bestäuber, die wir eben nicht so sehen, die keinen wirtschaftlichen Gewinn bringen, einen greifbaren, für die sich keiner verantwortlich fühlt. Und hier ist die Dunkelziffer ja ganz enorm. Wir wissen gar nicht, wie viele Bestäuber zu Tode gekommen sind oder tagtäglich durch den Einsatz von Pestiziden geschwächt werden. Und wir wissen auch nicht, wie viele Vögel jetzt nicht mehr satt werden, wie viele Vögel ihre Brut nicht mehr satt kriegen, weil sie wiederum diese Insekten nicht mehr fangen können. APENET, ein Zusammenschluss verschiedener Bieneninstitute und Verbände, sammelte gezielt Daten. Im Sommer 2009 lag ein erstes, verblüffend klares Ergebnis vor. Ich mache einen Paragons. Ich gebe mal ein Beispiel. Im Jahr 2008, als die Saatgutbeizung noch erlaubt war, gab es 185 Meldungen schwerer Schäden in den Bienenstöcken mit Völkerverlusten. 2009, als also der Gebrauch von Saatgutbeizung verboten war, gab es noch drei Meldungen. Bei einer genauen Untersuchung dieser drei Fälle haben wir entdeckt, dass alle drei mit dem illegalen Gebrauch von noch eingelagertem, gebeiztem Saatgut zusammenhängen. Mit diesen ersten Ergebnissen hat das Ministerium beschlossen, die Zulassung ein weiteres Jahr ruhen zu lassen. Bei allen Pestiziden steht es am Beipackzettel drin von krebserregend über Immunsystem störend oder dass es entsprechend zu Allergien kommt. Es ist auch bekannt in der ehemaligen DDR, soll es nicht die entsprechenden Allergien gegeben haben während der Getreideblüte. Und im ersten Jahr nach der deutsch-deutschen Wende war es so, dass dann die ehemaligen DDR-Bürger oder ostdeutsche Bürger im Endeffekt geklagt haben aufgrund von Allergien während der Getreideblütezeit. Ich meine, der Pollen hat sich über die Jahrhunderte nicht geändert, aber die Eiweißstruktur ändert sich schon, wenn er nicht ein anderer chemischer Stoff auf der Eiweißstruktur Polen draufsetzt. Es sind natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter, wenn man sieht, dass mit Imi Dacloprit und Clotianidin ein Konzern wie Bayer knapp 800 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr gemacht hat, also der First Bestseller und der vierte Bestseller des Unternehmens, sind sie natürlich sehr daran interessiert, weiter damit Umsatz zu machen und plädieren und fordern deswegen natürlich technische Lösungen und sagen auch, das ist möglich, das Problem technisch zu lösen. Man könnte darüber diskutieren, aber das ist nicht meine Aufgabe, ob jetzt zum Beispiel durch andere Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft etwa durch einen häufigeren Fruchtwechsel eine Beteinträchtigung durch Schädlinge reduziert werden kann, da stelle ich dahinter, haben sie den falschen Gesprächspartner, aber derzeit müssen wir leider damit leben, dass die erheblichen Ausfälle sowohl im Mais als auch im Raps ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln heute noch nicht zu bändigen sind. Wenn die halt die Chemokeule schmeißen, dann hast du halt die Chemie auch im Honig und das will ja kein Mensch. Außerdem mit dem Genzeug, die EU-Verordnung sagt, drei Promille Genpollen in meinem Honig und ich muss ihn als Sondermüll entsorgen. Und das kann auch nicht das Ansinnen des Imkers sein. Deswegen bin ich auch gegen diese Genmanipulationsversuche, sondern die sollen einfach die Natur so lassen, wie sie ist und ihre Gentechnik zum Hormon schießen und dann ist die Sache gut. Dann brauchen wir auch keine Weizen für irgendwelche perversen Maissaaten, die dann da 8000 Bienenvölker mal schnell killen. Das ist ein Frevel an der Natur und das kann es einfach nicht sein. Wir leben hier in der wärmsten Gegend Deutschlands und wir bekommen jedes Jahr durch die Klimaerwärmung neue und zusätzliche Schädlinge und unser Argument als Imker heißt, losgelöst vom Maiswurzelbohrer, es kann nicht sein, dass wir diese neuen Schädlinge nur mit Pflanzenschutz, nur mit Pestiziden bekämpfen, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen neuen Mitbewohnern unserer Natur entsprechend umgehen können. Noch nie hat es ein Mensch geschafft, ein Insekt wieder auszurücken. Je kleinerer das Insekt, desto klarer dominiert das unsere Natur und unsere Umwelt. Das müssen wir sehen als Menschen und aus diesem Grunde sind wir Imker ganz dezidiert für die Fruchtfolge. Wissenschaftlich gibt es kaum Einwände gegen die Fruchtfolge. Das Problem ist ihre Ökonomie. Sie rechnet sich nicht für die Landwirte, solange die EU-Förderpolitik so bleibt, wie sie ist. Auch verfügen viele Landwirte gar nicht mehr über das landwirtschaftliche Gerät, das eine Fruchtfolge erfordern würde. Das große Plus der Fruchtfolge ist aber ihre Ökologie. Ich meine, die Biene war vor dem Zweiten Weltkrieg in keinster Weise gefährdet, weil dann erstens mal die Biene genügend zu fressen gehabt, ganzjährig entsprechend Futter in Form von Nektar, Pollen und Honigtau. Sie wurde noch nicht so mit Plästiziden ausgesetzt, das heißt, es gab auch nicht diese Insektizidschäden wie in der heutigen Zeit, also jetzt, wir reden jetzt nicht nur von den direkten Schäden, sondern auch von den subletalen Schäden, die da mitspielen und weil einfach Pestizide ausgebracht werden und meistens nicht so ausgebracht werden, wie sich der Gesetzestext vorsieht und die Kontrolle fehlt einfach in diesem Punkt. Ich glaube nicht, dass da ein großes Bewusstsein für die Problematik da ist. Ich denke, viele von uns haben irgendwo einen Aktienfonds oder haben was anderes und machen sich nicht unbedingt Gedanken, wie eigentlich dort das Geld vermehrt wird und dass es sicherlich auch Einzelaktionäre bei Bayer gibt, die vielleicht Bio-Lebensmittel kaufen, aber vielleicht gar nicht den Zusammenhang sehen zwischen ihrer Geldanlage und dem, was sie eigentlich wollen. Das ist noch nicht so weit, das Bewusstsein, dass der Imker durch seine Arbeit an den Bienen eigentlich sieht, was draußen für eine intakte Umwelt ist oder nicht. Bienen sind der Umweltindikator schlechthin. Und das muss bewusst werden, noch viel bewusster wie es ist. Wir vergessen nämlich ganz gern, dass die Bienen nicht nur Honig machen, sondern dass bestäubende Insekten sehr wichtig sind, überhaupt für die Ertragsleistung in der Landwirtschaft. Man sagt, dass ein Drittel der Lebensmittelproduktion von den Leistungen der Bestäube abhängig ist. Und das sind Zahlen der FAO, die sind sicherlich nicht zu hoch gegriffen. Die Stadtimker haben nicht weniger Ernte als die Landimker. Im Gegenteil, sie haben sogar bessere Ernten, weil ihre Völker einfach gesünder sind und es längst nicht so viele Bienenschädigende Mittel in der Umwelt unterwegs sind wie auf dem Land. Da sind halt die Maisbeizen, da sind es dann die Hochleistungsdünger, die die Bienen vergiften. Das haben wir hier alles in der Stadt nicht. Dadurch ist die Stadtumwelt wesentlich sauberer und der Honig ist wesentlich unbedenklicher als Honig, der auf dem Land und im Umland gewonnen wird. Ich denke, wir werden diese Szenarien immer wieder haben, wenn wir nicht langsam mal einen Schlussstrich ziehen. Wir werden wieder tote Bienen vor den Fluglöchern liegen haben, wir werden immer weniger Imker haben, die überhaupt noch Imkerei betreiben wollen. Wir müssen damit leben, dass wir Pestizidrückstände im Honig haben, dass es weniger Honig gibt und nicht nur das, sondern dass wir auch empfindliche Einbußen überhaupt in den Erträgen haben der landwirtschaftlichen Produkte. Die Imker-Verbänder versuchen jetzt Bewegungen zu bringen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, damit die Öffentlichkeit informiert wird, aber richtig machen könnte das, ich sage mal, ich fange mal ganz oben an die Bundeskanzlerin, sie schweigt und hat noch nie was zum Bienenstaben gesagt, Seehofer als Landwirtschaftsminister des Bundes drückt das ebenfalls beiseite, weil die Industrie hinter ihm drückt und die wollen produzieren, die Gifte im Prinzip, die Landwirtschaftsminister der Bundesländer, je nachdem wie gerade betroffen ist, reagieren sie, aber wenn sie irgendwas mal aussprechen, Verbot oder Untersuchung, ist das wie so ein kleines Streichholzfeuer, mehr nicht, das verlüscht und dann ist alles wieder vergessen und die Imker steuern in die nächste Katastrophe. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich wünsche mir mehr Rücksicht auf die Bienen. Bienen und die Arbeit des Imkers ist das Zeichen, dass draußen was in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Die Schmetterlinge oder die Hummeln haben keine Lobby. Die Imker haben sie. Und wenn die Imker sagen, wir haben Probleme mit unserer Bienen, dann müssen eigentlich die Naturschutzverbände, Greenpeace und alle, die müssen sofort aufstehen und sagen, was ist da los. Viele ältere Imker, die zusammenbrechen, also die, ich sage mal, älter wie 70 sind oder in der 80er sind, fangen auch nicht mehr an, wenn sie Totalverluste hinnehmen. Die verschwinden und wenn man jetzt mal diese Kurve sieht, Abnahme der Imker zugleich die Abnahme der Bienenvölker. Also die Kurve ist alles fallend. Also es werden nicht mehr Bienenvölker, bei weniger Imker, sondern es werden genauso dramatisch mit den Bienenvölkern wie mit der Imker runter, weil die Imker die Verluste dann nicht mehr tragen, besonders wenn jemand in hohem Alter ist, der dann sagt, so jetzt ist Zeit aufzugeben, dann gibt er auf. Es gibt ja Länder, wo das Hauptnahrungsmittel Reis ist. Reis braucht man, braucht man keine Bienen. Da muss man sich vielleicht in Europa wieder umorientieren und dann Getreidebrei und Hafergrütze essen. Naja, da gibt es einen neuen Beruf. Da gibt es Milliarden von Menschen, die mit Pinseln auf die Felder gehen und mit dem Pinsel das Blümchen nehmen und bestäuben, damit sie irgendwie noch eine Kirsche sehen. Also da kannst du dann Besamer und Bestäuber werden. Also spätestens dann. Und dann haben wir dann die letzten Verteilungskämpfe. Wer kriegt den Pinsel? Wer darf in neun Monaten sich die Kartoffel abholen? Oh nee, danke. Okay. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020